Wer war ich? Die haben dir so viele Identitäten gegeben. Jeeva, Webb, Kane, Bourne. Bei diesem Programm warst du einer der Ersten. Blanken! Tanger! Was hat er vor? Er verfolgt seine Spuren zurück. Er ist auf der Suche. Wir müssen herauskriegen, wonach. Jemand hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich werde ihn finden. Wer ist Bowson? Dein Ausbilder. Er war von Anfang an bei dir. Er weiß, wer du bist. Sie werden dich nicht in Ruhe lassen. Sie wollen dich in einem Leichensack nach Hause bringen. Mal zurück ins Gebäude. Sagen Sie nicht, dass er weg ist. Er hat unsere gesamten Aufzeichnungen. Namen, Daten, Ghost Sites. Er kennt jedes kleine schmutzige Geheimnis. Hören Sie sich sehr genau an, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Ich erinnere mich.